Und kommen jetzt im Teil 22 zu einer ganz interessanten Geschichte, nämlich Putin wurde von unserer Außenministerin Kneißl zu ihrer Hochzeit eingeladen und Überraschung, Überraschung ja zugesagt und er kommt. So, wenn wir jetzt wieder auf das globale Schachbrett spielen, schauen auf dem, das die Globalisten aufgestellt haben und die Nationalstaaten zu zerstören und alle Nationen unter die Kontrolle dieser neuen Einen-Weltordnung zu bringen, dann steht Putin natürlich ganz klar auf der Seite der Patrioten und er hat es ja zu einem guten Teil sehr erfolgreich und sehr intelligent abgewährt. Und jetzt ist Putin natürlich der Gehörnte, war auch mit Hörnern auf dem Time Magazine zu sehen. Natürlich das ist der Teufel für die Globalisten, weil Rothschild hat schon gesagt, dass Putin diese wunderbare Idee der neuen Weltordnung gefährdet und jetzt hat er sogar gesagt, dass Trump dabei ist, diese wunderbare Idee der neuen Weltordnung zu zerstören. Na gut, jetzt kommt Putin nach Österreich zu einer Hochzeit. Und das zur parteifreien, aber von der FPÖ nominierten, äußerst angesehenen, fließend arabisch sprechenden österreichischen Außenministerin Karin Kneißl. Jetzt müssen wir uns da ein bisschen die Kommentare durchschauen, weil es ist ja wirklich nur mehr zum Lachen. Heute berichtet ganz brav Putin, kommt zur Hochzeit von Karin Kneißl, hoher Besuch in der Steiermark, zur Trauung von Außenministerin Karin Kneißl, Klammer FPÖ, wird der russische Präsident Wladimir Putin erwartet. Auch Bundesminister Sebastian Kurz, Vizekanzler Strache und weitere Mitglieder der Regierung stehen auf der Gäste-Liste. Die Welt berichtet schon, Misstrauen, dass Österreich ein trojanisches Pferd ist. Am Wochenende heiratet Österreichs Außenministerin Kneißl ihren Lebensgefährten. Guten Tag, wir trinken das allgegeben. Ups. Österreichs Außenministerin Karin Kneißl schließt den Punkt fürs Leben. Sie heiratet am Samstag in der Steiermarktin und... No, no, das wollten wir nicht. Und dass also hier bereits unerlaubte Gespräche zwischen Putin und Österreich laufen, nämlich gegen die EU. Warum? Weil Österreich ist nicht mit den EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland einverstanden. Warum? Weil, wenn Russland gegen Aktionen macht, gegen Österreich, dann haben wir es im Winter kalt und kochen in Wien nicht mehr. Weil das ist russisches Gas. So. Aus dem Grund sind die Österreicher und vor allem die FPÖ jetzt dafür, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Ja, das gefällt natürlich den Globalisten überhaupt nicht. Der Standard schreibt, dass Putins Reise als Arbeitsbesuch erklärt ist. Es gibt da die übliche Sicherheitsbetreuung für den Besuch eines ausländischen Staatsgastes. Und die russische Seite übernimmt ihre Kosten selbst. Die lassen sich also nicht einladen auf unsere Kosten. Und wir kommen jetzt rein hier in die Frage der Neutralität vom Standard thematisiert. Obwohl Hochzeiten eine private Angelegenheit sein, verstehe es sich von selbst, dass man mit dieser Hochzeitsanladung Putins nicht mehr neutral sein könne. Die Anwesenheit des russischen Präsidenten bei der Hochzeit sei ein deutlicher Schlag gegen europäische Werte. Also es wird Putin hier dann auch noch als Folterer in Russland dargestellt. Da ist ja das übliche Russland-Bashing. Und jetzt ist das auch so gefährlich, weil Österreich hat ja den EU-Ratsvorsitz im Augenblick. Und jetzt kommt der Putin daher. Und Wladimir Putin ist der aggressivste außenpolitische Gegner der EU. Da ist es vollkommen inakzeptabel von Kneisl, Putin privat auf ein Fest einzuladen. Es steht ganz klar hier, wie auf dem Schachbrett aufgestellt ist. Die EU, das sind die Globalisten. Putin gehört zu den Nationalisten, die die Nationalstaatlichkeit nicht zerstören lassen wollen. Die EU tut alles, um die Nationalstaatlichkeit der europäischen Länder zu zerstören. Und daher stehen die sich wirklich gegenüber. Ob der Putin jetzt aggressiv ist in seiner Außenpolitik, das kann ich nicht feststellen. Aber das wird ihm mal zugeschanzt, damit er in einem schlechten Licht dasteht. Es geht dann im Kurier so weit, dass der Chefredakteur Helmut Brandstetter sich bereits verrennt und behauptet, Putin missbraucht die Kneisl-Hochzeit. Okay, das ist also eine Desavouierung der guten Frau Kneisl, dass er sich von Putin missbrauchen lässt. Man sieht also die Globalisten-Mietmäuler in den Medien, die kennen inzwischen kein Alten mehr. So, was wir uns jetzt aber anschauen müssen, sind wie die Trolle auftauchen. Das sind die beliebtesten Leserkommentare jetzt in heute. Nämlich Diktatoren auf Steuerkosten. Schade, dass der Saddam Hussein schon tot ist. Der wäre auch ein passender Gast gewesen. Oder Putin, den brauchen wir hier so wie einen Kropf. Vielleicht kann er sie gleich verpflichten. Hier fehlt sie sicher nicht. Als nächstes, es wäre eine bodenlose Frechheit, wenn die Sicherheit Putins von unserem Steuergeld bezahlt wird. Wenn Frau Kneisl hochrangige Gäste einlädt, soll sie gefälligst selbst dafür aufkommen. Okay, das widerspricht also dem bekannten Faktum, dass Putin nicht ohne seine eigenen Securities reist. Auch nicht zu einer Hochzeit, die hat er immer dabei, die passt auf ihn relativ gut auf. Und die anderen Kosten für den Besuch, die übernimmt er also erklärterweise selbst. Aha, der Chef kommt nachsehen, was er da gekauft hat. Die FPÖ ist der größte Verrat am österreichischen Volk aller Zeiten. Okay, Black Cube, das ist ein interessanter Nickname. Jetzt, die FPÖ ist die letzte Partei, die irgendwie das österreichische Volk noch vor der transnationalen Zerstörung zu schützen probiert. Und dass sie das tut, wird hier von Black Cube als der größte Verrat am österreichischen Volk dargestellt. Das ist eine Methode, die die Trolle haben, wo sie einfach umdrehen. Das heißt, wer das Volk schützt, der verrät es. Und dann werden immer wieder die Kosten, was das kostet, was das kostet, was das kostet, was das kostet. Das ist das große Thema. Da wollen wir uns jetzt aber erinnern an die Bilderberger Konferenz, die 2015 stattgefunden hat. 2.100 Polizisten, 35 Alpin-Polizisten. Rudolf Scholten gehört seit Jahren zum Lenkungskomitee der Bilderberger Konferenz. Als Vertreter des einladenden Landes ist er auch für die Finanzierung zuständig. Und dürfte eben gegenwärtig finanziell klammern Österreich seit längerem mit dem Hut herumgegangen sein. Also, hier, und das hat dann letztendlich der Steuerzahler bezahlt über die Buchhaltung von der österreichischen Kontrollbank. 2.100 Polizisten und die Einladung an die Bilderberger. Das ging zur Gänze auf Steuerkosten. Das wird hier nicht thematisiert. Warum nicht? Weil das ist eine globale Veranstaltung. Da sind die Medien gnädig. Hier sind die Trolle gnädig und heißen das gut. Und wenn Putin kommt als ein Vertreter der nationalen Souveränität zu Kneißel, die völkerrechtlich auch in Ordnung ist, dann ist das natürlich super gefährlich, weil das könnte die Völkervermischung der EU gefährden. Gut, das war also ein kurzer Überblick. Vielleicht, dass Putin zur Hochzeit kommt. Das könnte daran erinnern, dass es ja den alten Spruch für Österreich gegeben hat, du Felix, Austria, Nube, du glückliches Österreich, heirate. Das ist also, überheiraten ist das spanische Gebiet zum Habsburger Reich gekommen, nicht durch Krieg. Überheiratet ist das niederländische Gebiet zu Österreich gekommen, nicht durch Krieg. Zum Schluss hat es noch die Hochzeit mit dem Französischen, mit den Franzosen gegeben. Das heißt, das internationale, oder hier haben wir zumindest die Komponenten international und hochzeitwitzigerweise besammen. Wir werden sehen, wie die Geschichte weitergeht. Wir wünschen auf alle Fälle der Karin Kneißel alles Gute und dem Präsidenten Putin ebenso. Weil es ist, glaube ich, für jeden, der sich das ein bisschen anschaut, schon irgendwann einmal verständlich, dass diese Globalisierung mit gechipptem Geld und mit zentraler Befehlsausgabe für Europa aus Brüssel jene Zukunft ist, die für uns vorbereitet ist und für die wir vom Volk her national souveräne Alternative schaffen müssen in unserem Bewusstsein, damit sich dann politische Kräfte nachmanifestieren können, die dies dann auch umsetzen können. Ja, in diesem Sinne sage ich heute wiederum vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Die, den heutigen Samstag Nachmittag, den verbringt es entspannt, Wochenende auch. Nächste Woche wird es sicher wieder interessant betrachtet, vor allem das, was jetzt in den Medien steht, auch über den Putin-Besuch bei Karin Kneißel, bitte aus der Perspektive, dass das wirklich schon lächerlich ist, was hier geschrieben wird. Tut euch bitte nicht ärgern drüber, das bringt nur Magengeschwüre. Aber auf der anderen Seite, denkt bitte alle miteinander darüber nach, wie wir uns als patriotische Österreicher, bei denen es an der Erhaltung der österreichischen Nationalität liegt, irgendwie zusammenfinden können, um hier, weil geistig sind wir irgendwie schon beieinander, nur in verschiedenen Bereichen, damit hier auch maßgebliche politische wirksame Kraft entstehen kann, die wieder die volle Neutralität Österreichs mit dem Austritt aus der NATO-Partnerschaft herstellt und vieles anderes mehr. Damit noch einmal herzliches Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Samstag und passt auf euch auf. Zuhören, bis zum nächsten Samstag, 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 bis zum nächsten Samstag. Untertitelung des ZDF, 2020